Grüß euch! Herzlich Willkommen im Borg-Share-League. Das Besondere an unserem Borg mit sozialem und kommunikativen Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Das beginnt schon in der 5. Klasse auf den Kennenlerntagen, wo du mit Vertrauens- und Teambildungsübungen schnell mit deinen neuen Mitschülerinnen und Mitschülern zusammenwachsen kannst. In der 5. Klasse lernst du dich auch als Teil einer Gruppe zu sehen und du kannst dieses Miteinander im gegenseitigen Tun erleben und immer wieder ausprobieren. persönliche Weiterentwicklung Lernen zu argumentieren allgemeine Bildung Zusammenhalt Zukunftsperspektiven Individualität richtig lernen Schwerpunkte soziale Projekte Hilfe zur Meinungsbildung Gemeinschaft Methodische Fähigkeiten Diese sozialen Fähigkeiten sind sehr wertvoll. Einerseits für dich als Privatperson, aber auch im späteren Berufsleben. Wie spreche ich am besten mit anderen? Wie nehme ich erfolgreich an einer Diskussion teil und leite sie? Das nimmst du bei uns in Kommunikation. Außerdem erfährst du und übst du, wie du mit deiner Rede andere überzeugst und begeisterst. Sport oder nicht sport? Das ist die Frage. Aber nach vier Jahren kann ich mit vollem Überzeugung sagen, ich würde diese Schule noch einmal drehen. In den jeweiligen Jahrgängen führen wir auch verschiedene Projekte im In- und Ausland durch. Wir arbeiten dabei mit unterschiedlichen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel der Caritas bei 72 Stunden ohne Kompromiss oder ORA International bei unseren Projektreisen nach Albanien. frog Barrie Wir freuen uns, wann du nächstes Jahr mit dabei bist. Jütii Jütii Tcai Large 25 Bis zum nächsten Mal.